Endspurt in der WM-Qualifikation. Deutschland darf am 10. Spieltag nochmal nach Armenien reisen. Und wir schauen uns dazu die ein oder andere Quote, potenzielle Ergebnisse an und natürlich auch, wo ist eigentlich Radek? Um die wichtigsten aller wichtigen Fragen gleich mal vorwegzunehmen, der Radek ist erkältet, kein Corona, die Grippe hat ihn erwischt. Vielleicht gab es einen heftigen Markenschwinger, da Deutschland dann doch mal so offensiv potent aufgelaufen ist gegen die Lichtensteiner. Da gab es ja ein 9 zu 0. Und bevor wir jetzt auf das Spiel Deutschland gegen Armenien schauen, gucken wir doch mal kurz auf die Tabelle der verschiedenen Gruppen. Wir werden in den meisten Gruppen eigentlich das gleiche Bild sehen. Der Tabellen Erste und Zweite sind deutlich vorne. Da ist nicht mehr für so viel Spannung gesorgt. Gruppe A, Portugal, Serbien weiter. In der Gruppe B, Spanien und Schweden marschieren vorneweg. Italien, Schweiz in der Gruppe C haben sich ja auch jetzt unentschieden getrennt im Spiel. Frankreich, Ukraine, Finnland. Da haben noch mehrere Teams tatsächlich die Möglichkeit, unter die Top 2 Plätze zu kommen. Bei Belgien, Gruppe E, die sind weiter. Um Platz 2, Tschechien und Wales kämpfen da noch. Gruppe F, ja, die Ösis haben sich revanchiert gegen Israel. Aber reicht halt dann auch nicht, dadurch, dass Schottland bei Moldawien 2 zu 0 gewonnen hat. Geht da auch nicht mehr viel. In der Gruppe G haben wir mit Norwegen, Türkei, auch nochmal zwei Teams, die beide noch weiterkommen könnten. Gruppe H ist ein deutliches Bild. Russland und Kroatien marschieren vorneweg. England, Polen, Lewandowski hat zweimal getroffen im Spiel gegen Andorra. Und bei Deutschland, Gruppe J, die sind ja auch ohne Niederlage unter Hansi Flick jetzt letztendlich doch souverän Erster geworden. Unter Löw gab es ja noch die Niederlage gegen Nordmazedonien. Und, ja, damals waren sie noch Tabellendritte. Aber die Gruppe nicht stark genug letztendlich und eigentlich auch überhaupt nicht attraktiv. Wobei man sagen muss, jetzt am letzten Spieltag ist nochmal für Rumänien einiges schief gelaufen. Es gab 0-0 gegen Island nur. Und auf der anderen Seite hat Mazedonien gegen Armenien deutlich gewonnen. Auswärts 5 zu 0. Beide oder alle drei Teams hätten ja eigentlich noch zweiter werden können. Und jetzt hat auf einmal Mazedonien die besten Karten, die aber wiederum gegen Island spielen. Und das wäre ja relativ witzig, wenn Island erst Rumänien so ein bisschen am Bein stellt und danach den Mazedoniern aber so richtig glauben, möchte ich jetzt nicht daran. Schauen wir doch mal zum Spiel Deutschland gegen Armenien. Die Quotenverteilung ganz klar. Eine 1-12 sehen wir hier auf Deutschland. Keine so großartige Überraschung. Habe es ja gerade eben schon vorweggenommen. Das letzte Heimspiel, also gestern, hat Armenien gegen Mazedonien mit 5 zu 0 abgegeben. Deutschland 9 zu 0 gegen Liechtenstein gewonnen, davor 4 zu 0 gegen Mazedonien. Und jetzt ist halt die große Frage, werden sie weiterhin stürmen oder wird Armenien dann doch noch ein kleines Ausrufezeichen am Ende setzen können? Den Deutschen kann es ja mehr oder weniger egal sein. Deshalb schauen wir auch gleich mal auf die Quoten. Mal gucken, was die Line ist. Sowohl bei den Toren erwarten die Buchmacher ein deutlich weniger torreiches Spiel als beim Spiel gegen Liechtenstein. Da war ja die Line, glaube ich, bei Asian Handicap zumindest 5,5. Hier sagt man, ja, Deutschland sollte mit 3 Toren Abstand gewinnen. Bin daher ein bisschen skeptisch, einfach weil es der letzte Spieltag ist. Aber, deshalb kommen wir auch gleich mal zum Punkt, beide Treffen. Wir haben hier bei einem Ja ein 2,48 und bei einem Nein ein 1,62. Und wenn man jetzt sich überlegt, okay, so gut sind wir eigentlich in der Verteidigung nicht. Klar, unter Hansi Flick gab es viele gegen torlose Spiele, aber die Gegner waren jetzt halt auch nicht so der Hit. Und ja, letztes Spiel, sie haben jetzt 9-0 gewonnen. Vielleicht wird jetzt ein bisschen die Defensive vernachlässigt. Und Armenien macht dann auch seinen Ehrentreffer. Deutschland gewinnt das. Beide Treffen könnte eine spannende Geschichte sein. Ansonsten schauen wir auch mal, welches Ergebnis wir hier präferieren würden. Da habe ich Radik vorher gefragt. Er sagt, seine erste Einschätzung war 3 zu 1. Dann hat er sich nochmal überlegt, okay, Armenien hatte deutlich gegen Mazedonien verloren. Und dann hat er gemeint, 6 zu 1 für Deutschland gibt eine 37er-Quote. Daran glaube ich jetzt nicht so. Ich würde mich tatsächlich eher dem 3 zu 1 oder 4 zu 1 anschließen. Ich glaube, dass Deutschland jetzt schon nochmal im letzten Spiel Spaß haben wird. Die fliegen jetzt zusammen in Armenien, die werden sie jetzt auch nicht denken. Wir lassen komplett die Hosen runter und stellen uns einfach nur auf den Platz. Aber dass wir so richtig motiviert rangehen, da glaube ich auch nicht, dass das der Hansi-Flick einfordern wird. Wie gesagt, beide Treffen könnte in dem Fall eine ganz gute Wette sein. Die Line haben wir gerade schon gehabt. Das bedeutet, wenn Deutschland zum Beispiel 3 zu 1 gewinnt, also mit 3 Toren Vorsprung, gewinnst du nur die Hälfte der Wette. Wenn sie mit 4 zu 0, 5 zu 1 und so weiter, 4 Toren oder mehr gewinnt, gewinnst du die ganze 2er-Quote. Das finde ich jetzt persönlich nicht gut genug, um hier drauf zu gehen. Minus 2 gibt eine 1-4-6. Naja, kann man sich bei der einen oder anderen Kombi vielleicht überlegen. Wir haben sonst Spanien-Schweden. Das Spiel, was wir schon in der Europameisterschaft erlebt haben, könnte ein bisschen Spannung drin sein. Portugal-Serbien, da spielt der 1. gegen den 2. Könnte relativ spannend sein. Und sonst, wie schon gesagt, Island-Mazedonien. Das ist doch so eine Partie, wo man gleich mal schaut auf die Quoten. Liechtenstein-Rumänien. Da werden die Rumänen sicher mit ordentlich viel Wut im Bauch rangehen. Eine 1-2er-Quote. Auch hier schauen wir uns mal die Asian Handicaps an. Minus 2,5. Ich glaube schon, dass Rumänien hier deutlich und schnell für den Sieg sorgen wird. Und ja, haben jetzt nicht so viele Tore geschossen, aber so ein 3-0, 4-0 kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Deshalb finde ich die Quote sogar spannend. Und auf der anderen Seite, für Mazedonien geht es jetzt um alles. Sie haben eine 1-6er-Quote. Gefährlich. Das ist die gleiche Quote übrigens, die auch die Kollegen aus Rumänien gegen Island hatten. Könnte ein Zeichen sein, dass auch hier wieder Island punktet. Und deshalb schauen wir uns gleich einmal die weiteren Quoten an. Vor allem würde mich bei diesem Spiel auch die Torwette interessieren, denn ich erwarte hier ein sehr, sehr torarmes Spiel. Bei 2,5 die Line kann man so ein 1-0, 0-0 tatsächlich am meisten vorstellen. Weil man jetzt sagt, Mazedonien verkackt am Ende, kriegt man für x2 immerhin eine 2,5. Aber würde ich auch nicht empfehlen, weil dafür hat Island letztendlich eine zu schlechte EM-Qualifikation gespielt und sind auch zu Recht nur noch vor Lichtenstein in der Gruppe. Ja, was ist euer Ergebnistipp für das Spiel? Schaut ihr dieses Spiel an oder freut ihr euch einfach auch auf die Bundesliga, die dann wieder weitergeht. Und dann haben wir eigentlich nur noch Freundschaftsspiele vor der Weltmeisterschaft in Katar und die ist ja dann eigentlich auch bald nächstes Jahr. Schreibt eure Kommentare zum Spiel und dann sehen wir uns wieder hoffentlich mit Radek an meiner Seite bei der Bundesliga wieder. Bis dann!